Die heftigen Kämpfe dauerten die ganze Nacht an, als US-Marines bei der Verfolgung von Khaled al-Assad weiter Richtung Hauptstadt vordranken. Es gibt nur noch sporadische Kämpfe, da sich der Großteil von al-Assad's Einreiten zum Präsidentenpalast zurückzieht. Kommando, hier ist Lieutenant Vazquez. Warpeak auf dem Weg. Das lassen wir uns nicht entgehen. So, wo ist ein F-50 drauf? Okay. Okay. Ach, ja. Ach, Klappe. Oh, Gott. doch nicht ich habe die einen rechten werfen und halte diese helikopter aus Die Flanke! Sie kommen über die rechte Flanke rein! Die Flanke! 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 Ah, da war er ja noch! Nein! Nein! Ja! Achter auf Silhouetten auf den Dächern! Ja! Da wird, glaube ich, gemeintig! Ja! 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 Das ist doch seid! Was ist das? Was ist das? So ist das? So, also lang Langsam Langsam konnte man ja 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 Oh Ja Da! Da! Bereits! Schüsse! Dreistöckiges Gebäude! 11 Uhr! Erster Schloss! Sie ist aus! Feuer! Feinde! Aufnehmen! Loser! Wir müssen die Anschein zu sehen! Ahnen! Brille, glaube ich, passt hier hinein! So, habt ihr hier irgendwo einen? Ja, Bingo! Abge. Oh! Ja! Oh, gut! Oh! 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 Unterdrücken, aber die Flade macht es nicht! We are dead! Bravo 6, die Vorweg. Bereits zum... Bereits zum Vorweg. Over. Verstanden. Vorwärts und Position an der Bewegung halten. Over. Roger, unterricht. Speerfeuer! Bereit! Ziel erfasst! Feuer! Gott, ey. Mit dem Maul spielen. Bereit! Ziel erfasst! Feuer! So, jetzt? So, jetzt? So, jetzt! So, jetzt! So, jetzt raus! So, jetzt! Oh, Gott. Ich habe den Schuss geholfen. Ich habe den Schuss geholfen. Oh Okay Oh, oh, Junge, der heißt ja wieder. Super. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh. weil Sperrfeuer! Geh rein! Geh rein! Stopp! Da kommt ein feindlicher Panzer die Straße rauf! Ziele auf offener Fläche! Oho! Oho! Er ist gesehen! Das hab ich gemacht! Durchgeschossen, Wolfick! Jede Menge indirekte Treffer! Jetzt nichts wie raus hier! Komme durch! Verstanden, Bravo 6! Also... Sind wir jetzt da? Bravo 6! Das zweite Platon ist unterwegs zum Treffen an Ihrer Position! Wie ist Ihr Status? Over! Die wertvolle Ladung ist heil und unterwegs! Wir sind fast bei Schnellschlaße 4 und sollten bald Sichtkontakt zum zweiten Platon haben! Mit mir kommen! Ah, komm runter! Lieutenant Vasquez, hier Outlaw 25! Die Spezialeinheit ist unterwegs, um Alasad zu holen! Wir brauchen jeden Mann, also kommen Sie an Bord, Over! Verstanden! Wir haben soeben Alasads Aufenthaltsort herausgefunden! Alle Mann an Bord! Na los!